also in diesem set ist einmal eine mini duftlampe aber die andere weiße die habe ich jetzt bloß nicht da ist einmal eine mini duftlampe dabei für 57 euro wenn man denkt mini duftlampe kostet schon mal 35 euro 22 75 die duftblume dann bekommt ihr noch einen katalog einen puschel für das wachstum raussaugen und acht ganze bars dazu ich bin gleich so aufgeregt und zwar einmal black raspberry vanilla ist so ein ganz fruchtiger behriger vanilliger duft white amber antique ist dann so ein bisschen maskuliner frisch geduscht in mannrichtung ein bisschen hölzern lemon verbena ist ein frischer zitrischer limetten duft mit eisenkraut also ihr habt es wirklich von jeder sorte ein bisschen was aloe water in cucumber ist ein ganz frischer duft also richtig frisch und was leichtes vanilla bean buttercream ist so ein würziger vanilleduft also wirklich ganz leckere buttercreme vanillig mega mega toll clothesline ist ein frischer wäscheduft von sauberer intensiver frischer wäscheduft also sehr intensiv cinnamon vanilla ist auch so ähnlich wie der vanilleduft weil ich krieg die auch gar nicht aufheben noch keine kraft hat morgen bloß in die würzige richtung mit zimt und luna ist der bestseller duft einfach ein zater leichter duft und mega alles für 127 euro kostet es normal ihr zahlt nur 57 euro solange der vorrat reicht also mega 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 cool auf alle fälle zuschlagen und der katalog ist natürlich auch noch dabei und die duftblume unbedingt die wunder wunderschöne duftblume da habt ihr richtig lang was auch zum verschenken da braucht sie ja auch kein strom keine steckdose also da ist wirklich alles dabei um sensi kennenzulernen wenn ihr das noch nicht kennt testet es aus mega tolle spaßet ihr werdet ganz viel freude daran haben ein wunderschönes besonderes zu hause tolles gefühl für dich und deine familie und ich bin gespannt was ihr sagt und ich bin gespannt was ihr sagt